Bernhard Brink und Marie-Christine. Wunderbar. Ihr Name steht noch auf dem Schild an unserer Tür. Marie-Christine. Dabei ist sie seit vielen Wochen schon nicht mehr hier. Marie-Christine. So manche Nacht, da lieg ich wach, sie fehlt mir so sehr. Marie-Christine. Sie war mein Freund, meine Geliebte und noch viel mehr. Marie-Christine. Es kam die Zeit, in der sie sich so geheimnisvoll benach. Ein Guru zog sie fest in seinen Wach. Sie war erst 18 Jahre und das Leben, das stand noch vor ihm. Wir wollten noch so viel erfahren, als das Schicksal sie fortnahm von mir. Sie war erst 18 Jahre und falscher Glaube, der machte sie blit. Wir hatten noch so viele Träume, doch diese Träume verbiegte der Bild. Ich suchte sie fast überall und machte mir Mut. Marie-Christine. Marie-Christine. Und manches Mal, da glaubte ich selbst, es wird wieder gut. Marie-Christine. Marie-Christine. Sie ruft nie an, schreibt nicht ein Wort, ich hab's nicht kapiert. Marie-Christine. Was ist der Grund, der sie ins Nirgendwo gefühlt? Marie-Christine. Ich möchte mit ihr reden, vielleicht könnt' ich sie ja verstehen. Ein Freund hat sie in Amsterdam gesehen. Sie war erst 18 Jahre und das Leben, das stand noch vor ihm. Wir wollten noch so viel erfahren, als das Schicksal sie fortnahm von mir. Sie war erst 18 Jahre.